Hallöle, heute mal mit dabei, auch in der ersten Runde. Oh, zu. Hello. Juts, dann, ähm, auf geht's, oder? Alle bereit? Ja, ich hab Bock auf Grillen, ne? Müsste nur einer Salat, Fleisch, Grill, Kohle und Terrassenmöbel mitbringen, Besteck hab ich. Ja, witzig. Ähm, alle bereit? Ja, ich mach's los. Jetzt mach! Franz ist auch bereit, er ist immer bereit. Ich bin immer bereit. Ganz immer bereit. Let's go. Ich hab vorhin nur du's alleine online gespielt, um mein Aim auf die Kette zu kriegen. Und hast du jetzt gutes End? Jetzt rasiere ich richtig. Hätt ich was sagen sollen, aber okay, komm. Ich muss gleich niesen, ne? Ich seh's. Ich seh's schon kommen. Kurz vorm Ace. Kurz vorm Ace. Ich hoffe, kacke ich deswegen. Ich schweig, ihn vor das Team zu sehen. Callbank. Na, Grenze. Okay. Ah? Consulet. Also, Passi, was soll ich machen? Du brauchst hier Long Range. Na, Karsten Linie, oder? Ich bin Mute, ich bin Mute, ich bin Mute. Äh, ich bin Defensiv. Okay, du bist Offensiv. Ja, dann spiele ich, äh, zu dritt daumen Defensiv? Nee, er nicht, oder? Also, ich bleib auf jeden Fall wohl mit Raph im Raum. Ja, okay. Naja, aber gestern waren wir doch eigentlich auch zu dritt Offensiv, mehr oder weniger, oder? Äh, auf Wolken kannst du auf jeden Fall, ja? Ja, dann lassen wir ja erst mal probieren und dann gucken wir jetzt mal, wenn die jetzt, wenn das nicht klappt, wenn die zu schnell zum Raum gehen und wir da zu wenig haben, dann machen wir ja nächste Runde anders. Ist ja egal. Ja, genau. Genau. Ja, nachdem die jetzt... Also, in dem Raum können wir auf jeden Fall ein bisschen defensiver bleiben. Ja, aber lassen wir mal gucken, wie die Gegner sind. Wenn die, wenn die sehr aggressiv, sehr schnell sind, dann müssen wir eh defensiver spielen. Ähm, die, die Fenster muss ich einzeln Muten, ne? Also, die Doppelfenster. Oder? Da reicht nicht. Lowe nicht, oder? Ja, das habe ich auch. Doch, 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 musst du. Doch, doch, doch. Einzel, ne? Das klappt nicht. Ja, ja, weil, also zumindest hat es bei mir immer nicht geklappt, weil Fuse... Ja, ja, ja. Was kann Fuse? Passivall gerade auf jemandem. Ja, das stimmt. Fette Wurstfängeraktion. Eine Drohne habe ich. Bewegt der Lutscher sich. Oh, das könnte sein, dass Passivall zu fliegen ist. Ne, passivall. Ja. Ne, passiv, fliegt raus. Scheiße. Jetzt schon. Hat er seinen Chase gelegt? Ja. Ja, also einen Strom hat er auf jeden Fall gelegt. Mach dir die Türen zu. Haupttüren und Nebentüren. Scheiße. Wo sind die? Oh, hier ist eine Twitch-Runde. Scheiße. Hab's er. Nein, der hat einen Mute zerstört. Und wo kommen die denn? Keine Ahnung. Sitz der Störsender ein. Hab Frenz nur Chase sagen gehört? Äh, über mir ist sofort einer. Nee, sogar Garage. Äh, die schlagen ein Fenster auf. Ein Fenster wird's auch schlagen. Garage kann mir jemand treiben. Ein Fenster ist offen von den Doppelfenstern. So, einer müsste auf den ersten Schock, glaube ich, rumlaufen. Oh ja. Wendeltreppe, oder? Ah, Mist. Ja. Das ist Jackal. Hätte ich sucht, glaube ich, gerade den anderen Raum hier. Aber in dem Nebenraum ist auch noch einer, Franz. Ash, die guckt, die ist rechts von dir. Ich markiere sie. Weiter rechts. Hier sei da auf jeden Fall noch irgendwas. Okay. Die kommt. Die ist jetzt hinter dem Tisch. Was ist, Schraf? Die ist da noch. Ich kann sie nicht markieren, aber ich sehe ihre Füße. Achso, ja. Dieser Dungeon ist so dunkel. Oh mein Gott. Fuse ist im... Was geht? Ja, ich markiere. Jetzt sucht er die Camp. Äh, Ash ist da auf. Die macht die Tür auf. Ja, Füße kommt jetzt zur Doppelfür. Die rinnt zur Einzeltür. Kommen wir jetzt über die Einzeltür. Zwei Mann. Zehn Sekunden ab. Den Pino-Gefahrgut behälter geschützt. Oh. Es bleiben noch fünf Sekunden. Zauber. Ich dachte, die wären die durch die Tür reingegangen. Bist du im Raum sein, ne? Ich weiß aber leider absolut nicht wo. Im Raum ist keine Camp, oder? Also Doppeltür kann ich an sagen. Okay. Ash liegt auf dem Boden, ne? Oder? Ja. Ja. Ich sehe es. Dann ist wieder Türs drin. Ja, ja. Sehr gut. Nice. Schön. Ich muss mal ein Video machen, wie Twitch versagt hat. Passt die wieder drin? Ja, Pasty ist wieder drin, aber der redet nicht. Kommt der gerade nicht in die Party? Partyfunks nicht mehr. Startet dann in Route neu. Ja, das ist natürlich nicht so geil. Ähm. Äh, Spielchat. Ja, dann halt nach der Runde. Ja. Können wir probieren. Dann wäre zwar Twitch für den Arsch, aber nein. Wäre das für den Arsch, ja? Ja, Twitch wäre dann für den Arsch. Okay, nee, dann machen wir es nicht. Dann nehme ich erst mal... Ach, okay. Jemand anders jetzt. Ja, gut, das macht Stefan jetzt. Ja, ist egal. Hi. Ah, klappt wieder. Perfekt. Denk dran, Audio wieder neu einzuschalten. Okay. Wie du gesehen hast, haben wir es noch geschafft, die Runde hier. Naja, naja, ich hab's nicht wirklich gesehen, weil das hat sogar bei der Wiederholung... So, die sind auch oben, die haben die Pfeiltür direkt aufgemacht. Weiß nicht, was los ist, aber ich muss danach mal auf und für neu starten, ne? Jo, alles klar. Äh, Kapkan. Äh, ich brauch, ähm... Die Bonner, äh, nicht die Bonner, die, 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 äh... Wie ist die Olle? Mit der Kapuze. Kavira? Kavira. Äh, Stacheldraht unter Strom. Äh, Kapkan hat, ähm, die Doppeltür unten, ähm, ähm, Falle gelegt. Oh, ein Loch, Loch, Loch in der Wand, äh, zur, zur Treppe hoch. Weißt du, die wir eigentlich verstärken. Äh, haben die einen... Keinen Kessel. Oh, Pasi, du spackst schon wieder rum, du fliegst bestimmt gleich. Naja, das sieht so aus. Du bist grad gelaufen und hast dich nicht... Naja, der hatte auch wieder aufgehört zu rücken. Pasi fliegt wohl wieder. Ja, dann soll er jetzt den, den Lachs neu starten. Ja. Okay, Raph, ähm, kommen wir mal hierhin und... Ich bin hier mit... Ah, scheiße. Du bist gut. Hat natürlich nicht geklappt. Stefan? Äh, Falle in die, äh, bei der Doppeltür ist down. Oh, Pasi ist bestimmt gleich weg. Ich sollte durch die Fight hier öffnen müssen. Oh, Franz ist... Äh, Franz sagt auch nichts mehr. Er ist bestimmt wieder genuted. Franz? Was ist denn hier heute los, ey? Das ist ja in den Spielshed gegangen, ey. Nee, ist der nicht... Okay, Pasi ist raus. Wo war der? Ach, unten ist der drin gewesen. Oh, dann sind da zwei. Oh, Konsulbüro, zwei hier hinten. Oh, Mann, ey. Was ist denn los hier, ey? Pasi soll sein Chase auf die Kette von mir. Pasi fliegt raus. Franz redet nicht. Franz redet nicht mehr. Pasi startet da, durch Weihnachten, Franz. Also, Smoke ist bei der Inseltür. Über. Dann macht die gerade zu. Ja, Franz ist da oben. Der war links. Kannst ruhig auch draußen bleiben. Geh, geh, zieh dich zurück, zieh dich zurück. Lass die, sie acht Sekunden ablaufen. Lass die acht Sekunden ablaufen. Bleib oben. Nicht sterben, nicht sterben. Bisschen Zeit rausholen für Pasi. Chill, chill, chill. Hört mich hier eigentlich keiner mehr außer Stefan? Doch, mich hör dich. Hach, Franzel? Ich sind die in den Spielchat gegangen. Warum? Weil ich das gecallt habe. Das ist das Chaos hier. Hallo? Hallo? Raff ist grau hinterlegt, aber der ist doch noch nicht im Spielchat. Ich war gerade im Spielchat. Oh, Loi, der. Jetzt Raff ist auch noch Recruit. Alter, was ist denn hier los? Wir müssen den Bio-Gefahrhundbehälter schützen. Ich glaube, Franz geht aber nur raus, um nochmal neu reinzukommen. Ja, da ist er wieder. Ich bin jetzt aber gerade vorsichtshalber hoch zu den Pfeiltüren gelaufen, Franzel. Ja, ich mach nur eine. Jo, ich mach zwei. Dann mach du beide, dann mach ich eine. Komm, Pasi gar nicht mehr rein. Der startet Router neu. Ich startet Router. Raff, keine Ahnung. Bei mir war es gerade auch voll krass. Ich habe jetzt noch gar nichts gehört die ganze Zeit. Ich habe es gemerkt. So viel Zeit, weil wir mit der Scheiße. Ja, ich auch. Fuck, ey. Das ist echt eine Chaos-Runde hier. Okay, ich gehe in Rage. Du gehst in Rage? Ja, das auch. Störsender bereits. Kamera wird aktiviert. Meine Position, aufpassen. Garage ist offen. Schild. Meine Position wurde entdeckt. Fuck, hier ist auch noch eine unverstärkt. Sehen Sie ihr bereit? Schön. Oh, der war ja noch drinnen. Das Schild Blitz ist in der Garage, den habe ich nicht gekriegt. Da war irgendein anderer draußen. Da habe ich nicht gesehen, wen. Und jemanden hatte ich angefragt an der Inseltür zur Garage. Blitz ist jetzt in diesem Küchenraum gewesen. Der hat die Kamera kaputt gemacht. In der Lobby ist nichts los. Doch, in der Lobby ist EQ. Die ist über Viva sozusagen in der Ecke. Der hat jetzt ab, ich habe es kurz markiert. Der geht weiter. Ah, der Jacket. Der ist so auf die Eier. Okay, Viva. Ja, easy. Schild, Fuse mit Schild. Jacket, Jacket und Fuse. Ja, der hat mich auch in der Garage jetzt gelegt. Oh, zwei mit Schild. Ja, der ist drin, Rapp. Was für links? Warum treffe ich denn nicht? Ich baller voll auf den. Das geht gar nicht. Ja. Machst du nichts. Alter. Jetzt gab es ein pures Chaos, einfach nur. Ja. So, jetzt, äh, Frenz. Der komplette Dings. Und mit? Äh, nächste Verteidigung, komplett defensiv. Erstmal gucken, was passiert macht. Seine Party. Ja. Ne. Ja, ich mach doch schnell die Lachstange, man kann es losgehen. Fassi? So, jetzt. Komm, jetzt reißen wir die Schule wieder um. Jetzt klatschen wir die richtig, die. Moni, sag ich schon. Wie heißt man da eigentlich mit richtigem Namen? Ähm. Ne, Manuel, glaub ich. Manuel, fassi. Garage, glaub ich. Garage. Kavera haben sie. Das ist lase. Hallo, hallo. Wir haben noch Kavera. Puls. Und wenn dann haben wir... Wo ist die Garage überhaupt? Äh, Kavera war, ähm, oben, äh, bei den Falltüren für Archive, war die. Also da könnte vielleicht Spray-Ti da so aufpassen. Strom, ich hab drei Stromdinger von denen weggemacht. Nice. Ähm, Stefan, äh, ums... Jäger macht schon oben die Fenster auf. Stefan, äh, richtig spawnen bei der Garage. Jäger ist oben bei den Fenstern. Der macht die komplett auf. Gaming-Headset, hallo, bin ich... Wie lauter? Der, der Sprayt da oben. Der will da oben rausbrennen. Jäger will da oben rausbrennen. Ah, scheiße. Ich hab das falsch respawned. Drohne. Ja, ich hab den letzten... Der ist ja immer noch. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Letztes Strom ist auch tot, wenn du drei zerstört hast. Mach ganz links und ganz rechts auf, Stefan. Ja, Raph, komm mit, komm mit, wir gehen hier rein. Wir gehen hier rein. Äh, Franz, meine ich. Was auch schon? Wir gehen hier rein und, äh, machen, äh, Fuse im Boden. Ich krieg oben mal wieder eine Drohne hin. Ja, warte noch, ich muss ein Haupttier. Ich warte noch, warte, 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 warte. Und, und, äh, Bandit... Ach, Jäger habt das schon, okay. Ja, Jäger hab ich. Schön, Franz. Hab da einen. Ja, komm rein, Raph, komm rein. Ich hab oben wieder eine Drohne platziert. Und, Fuse, da, genau, da, genau, nein, Job, genau vom Klavier. Ja, mach da auch von mir aus. Aber am besten am Fensterrand, genau, am Fenster. Äh, einer ist rechts hinterm Wagen. Oh. Ja, genau, da war... Einer war noch links. Also, Puls war links davon. Aber wer war's da? Da war Puls. Die letzten beiden sind dann unten. Aufpassen an den Treppen, unten liegt deine Frostmatte. Hat der Bandit nicht gestorben, wer durch die Fuse-Ladung da? Bisschen Druck. Ich treffe hier nicht. Der ist hinten in der typischen Ecke, falls ihr noch eine Fuse-Ladung habt. Passi, da liegt ne Frost. Äh, da ist Puls. Hinter dem Rohr liegt Puls. Bandit. Hast du Puls? Passi. So, ach, scheiße. Was sind für Rohre? Oh nein, der ist im Rohr. Ja, wirklich, der ist. Ja, da. Da. Okay, zwei mal nach vier. Jetzt gibt der uns hier alle. Ey, andere, links, 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 links. Ja, ist nicht ganz live, aber die Richtung stimmt. Oh, ho, 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 hat der jetzt jetzt gerade beinahe echt alle geholt, der Typ, ne? Hä? 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 Ja, aber der hat das bei mir gar nicht geworfen oder angezeigt. Ja, eben. Okay. Die Typen spielen komisch. Äh, Jäger hat auch all seine Teile im Treppenhaus gelegt gehabt. Hab ich da zerschossen. Vor allem, der wollte oben unbedingt sprayen, obwohl wir den schon markiert hatten. Bei mir war gerade noch was explodiert, als der gestorben ist. Und hier nehme ich schraub zu diesem. Wenn ich zu laut bin oder zu laut, musst du noch sagen, ne? Also, ich hab jetzt... I, D, I. Alles gut, ist in der Audio einbezogen. Ich glaube, Passiv fliegt jetzt aber wieder raus. Da ist ein Pult rausgegangen. Ja. Da Passiv hoch, Mann, Schäfer, oder? Egal, bei denen ist auch einer raus, also. Okay. Herr Passiv, hast du eine Feucht hier mit, Franz? Äh. Ich verlochen, du. Ich verstecke die Wand! Äh. Ja, Passiv ist beim Huck bei mir wieder. Ja, ja. Ey, Passi, hast du wieder irgendeinen Daumen dran? Also, Passi, mach dir einen kleinen Flur, ne? Du brauchst auch noch eine Wand hier. Zwei sogar eigentlich. Ah, Passi, ist fliegt schon wieder weg. Ja, ich verstanden. Ja, Passi fliegt jetzt, oder? Hat schon wieder rumgebackt. Alter. Machst du die Tür zu, wie wir? Ja, Raph, mach die. Raph, den Strom hier kannst du, äh, ach ne, Bandit. Du bist Bandit. Oh, die Fall, Franz. Ich hoffe, das geht nicht. Ich bin erschreckt. Die Tür war Rekade errichtet. Nicht kaputt, krass. Bei mir kommt einer rein. Ich will ja noch... Fuck. Schau, komplett verkackt, wie man das verkacken kann. Sorry. Zwei oben. Bei Blackbeard und Sledge. Oben ist es, in dem Fall. Ja. Äh, bei der Lobby. Ja. Okay. Da haben wir Jackal wieder. Der ist jetzt beim roten Gang. Beim roten Gang ist er schon? Also schon unten, oder was? Ja. Rotter Gang ist unangenehm. Gleich von der Doppeltür. Boah. Okay, von der Doppeltür. Boom. Ah, ich hab... Der ist ja Vorsicht, Stefan. Oh, ich hab nur da... Oh, Scheiße. Ach so. Oh, eine Fuse-Granate ist gerade auf mir gelandet, ey. Ja. Wo kam denn der jetzt her? Ach, Scheiße. Das heißt, die kriegen aber die Feiltür nicht aufgesprengt. Die müssen durch die Türen kommen, Raff. Ja. Okay, Tüus. Und Jackal für der Doppeltür. Äh, Blackbeck geht Richtung Einzeltür. Schießender. Er hat Lurie in die Band geschlagen. Also aufpassen. Der... Der schaut den langen Gang. Nein. Waff. Wie war es auch? Jackal ebenfalls jetzt... Pass aber auf, dass dich keiner holt von der anderen... Von der anderen... Von der anderen... Von der anderen links. Das ist offen. Oh, oh. Weg, 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 weg. Ja. Das ist doch scheiße, ey. War das wieder eine Sprengradius, ey. Ich hab das Teil zwar gesehen, aber das war so weit weg von hier, ne? Haben wir noch eine Runde? Ja. Das geht jetzt 2-3. Ja. Das kann einfach nicht sein. So viel nach Passi ist schon wieder Party. Ja. Bisschen Kacke. Neue Schlimmtermil. Äh, wo spawnst du wieder? Erstmal hier unten. Wenn du spawn wechselst, sag's. Wenn dann... Jaja, dann geh ich zur Tankstelle. Wenn die Garage wieder sind schief, geh ich auch zur Tankstelle. Okay. Der Bioguiter muss jetzt lokalisiert werden. Was ist das für ein Lachse? Irgendwieder Garage, würde ich sagen, oder? Ja. Okay. Garage? Gut gemacht. Ja. Havira. Oh, scheiße, meine Drohne, die leckt komisch rum. Ohne Steck. Und Passi aus. Boah, der soll seinen scheiß Porno-Upload ausmachen, ey. Und Download voll. Ach fuck, ich bin jetzt nicht spawnen geändert. Ach fuck, fuck. Oh nein. Ich schläge noch schnell die Claim auf. Ja. Ohm ist wieder einer. Aber diesmal ist das Fenster noch zu. Irgendwann ist auch Franz. Ah, die haben hier diesmal ein Mira-Fenster. Ja, haben die aufgemacht, Mira-Fenster. Ist schon offen, das Mira-Fenster. Schönen. Ist hier vier von oben? Ohne Aktiviert. Spezielle Lado. Aufstand halten. Achtung, es geht los. Achtung, es geht los. Achtung, es geht los. Achtung, es geht los. Lade nach. Hier ist keiner mehr oben. Okay. Sind offen. Ich wurde von, äh, aus der Treppe geholt von Jäger. Einzeltüre. Scheiße. Oh, der ist glücklicher. Oh, der ist glücklicher. Ich habe bleibt der Operator vom eigenen Trupp. Mira, ich bin immer noch oben. Ja. Ach, Mann. Eigener Trupp wurde eliminiert. Ach, Mann. Was war doch jetzt scheiße hier alles, ey. Boah. Boah, war die Runde ein Müll, ey. Ne. Ja, vor allem Passi hat den Router neu, neu gestartet. Ach, Passi. Wer weiß, was der wieder für Scheiß anhat alles, Mann. Werde ich das erste Mal. Ja, ich schau mal. Schneller mal Xbox. Ja, das wäre vielleicht nicht verkehrt. Ausblenden. So, dann ist es auf jeden Fall erstmal eine Pause. Technische Probleme hier beiseitigen und dann geht es gleich weiter. Eventuell. Was ist denn los? Wir machen alle das Spiel. Bis zum nächsten Mal.